Alle Hobbys sind verboten! Reiten! Kein Handy! Kein Freizeit! Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Ich habe noch nie ein Hotel gemacht. Das ist mein erstes Mal. Und jetzt guckt er mal richtig böse, guckt mal zu ihm runter. Ja, so ist gut, ja. Bei Theaterimpuls machen wir Schulprojekte mit Kindern und Jugendlichen, die sozial benachteiligt sind. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich weiß, dass es echt gut läuft. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für das Megalos. Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner der heutigen Prämienziehung können sich über große und kleine Geldbeträge freuen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 040 007 und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 4004 0092. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihre Unterstützung des guten Zwecks. Du bist ein Gewinn. Du bist ein Gewinn. 45 differenten Prioritenstinte 200.000 Euro gewinnen und ohne jeweils werden können. Ohne weil für ein Arbeitsplatz. Viel fließend? Redaktion SC I 3 5 1